Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter. Das bedeutet, wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Technik, die in unseren Autos eingebaut ist, die in Krankenhäusern in Betrieb ist, dass die sicher ist und nicht angegriffen werden kann. Und deswegen wollen wir Piraten, die Hersteller stärker in die Pflicht nehmen, um die Sicherheit unserer Informationstechnik zu gewährleisten. Und das bedeutet, per Voreinstellung sollte es automatische Updates für unsere Geräte geben, die für unsere Sicherheit und für die Sicherheit unserer Daten sorgen. Dafür stehen wir Piraten.